oder anderen Tools oder auch nicht. Das denke ich mal, wäre ja auch spannend mal zu hören, was geht und was geht, also was nicht geht. Das so für später mal. Ich habe eine Frage und zwar, wie sicherst du dich beim Fotografieren rechtlich ab? Ich fotografiere selbst und ich habe zum Beispiel in der Firma ein Shooting gehabt, wo ich sozusagen als Beiwerk dabei war und ich habe da halt so einen wirklichen Vertrag bekommen, wo ich halt unterschrieben habe, dass ich auf mein Persönlichkeitsrecht auf dem Bild versichte. Das geht bei dir jetzt natürlich schlecht. In Journalismusfotografie kann man den Leuten nicht einen Zettel hinhalten. Unterschreib mal bitte. Fragst du da, stellst du Blickkontakt her, Kopfnicken, inwieweit sicherst du dich ab, bekommst du Absicherung von der Agentur auch? Also bei uns, die Bilder, die bei uns in dem Archiv landen und die über den Draht gehen, die dürfen nicht für werbliche Zwecke genutzt werden. Und damit sind dann schon die Probleme viel kleiner, sozusagen, wie man hat. Und ich sichere mich immer der Situation entsprechend ab. Also wenn ich zum Beispiel, wenn auf einmal das Wetter schön ist und ich soll halt ein sogenanntes Wetterbild machen, was illustriert, dass es auf einmal warm ist, dann gehe ich irgendwie halt in den Park und fotografiere da irgendwie ein hübsches Mädchen, die da irgendwie vor dem Landmark von der entsprechenden Stadt liegt halt. Also in Berlin fotografiert man Leute vor dem Brandenburger Tor oder vor dem Fernsehturm oder sowas. Und das ist klar, dass ich in dem Moment natürlich die Person auch ansprechen muss und fragen muss. Also da mache ich nicht einfach ein Bild von schönem Mädchen vom Fernsehturm und dann hinterher sieht sie sich in der Zeitung, sondern da wird dann gefragt. Aber wenn ich in irgendeiner Situation, die dynamisch ist, also in einer Demonstration, wo das ja sowieso eigentlich erlaubt ist, zu fotografieren, weil das dann, also gibt da so ein Gesetz und danach ist das da erlaubt. Und da frage ich dann nicht die Leute einzeln nach. Aber zum Beispiel das Beispiel, was ich gezeigt habe mit dem Fensterputzer, das war ein grober Fehler von mir, dieses Bild zu machen und zu funken. Weil bei sowas ist es immer riskant. Also wenn man Leute beim Arbeiten fotografiert, dann ist da oft die Möglichkeit da, dass der vielleicht irgendwie da schwarz arbeitet oder so. Und man will ja jetzt nicht jemanden, der schwarz arbeitet, irgendwie in die Pfanne hauen. Darum geht es bei dem Bild ja nicht. Und deshalb, in solchen Situationen stelle ich auf jeden Fall Blickkontakt her und dann merkt man ja auch, ob der was dagegen hat. Ob er sich wegdreht oder einem zunickt oder so. Und das habe ich halt bei dem Fensterwischbild nicht gemacht und deshalb gab es da halt Ärger. Kommt es da dazu, dass die Leute posieren auch teilweise dann? Oder, weil wenn ich jetzt jemanden zu frage, dann weiß er, dass er fotografiert wird. Und ich will ihn ja nicht fotografieren, wie er dann lächelnd in die Kamera schaut, sondern wie er halt weiter Fenster putzt in deinem Beispiel jetzt. Klar, also gibt es Situationen, wo die Leute posieren. Und damit ist es dann sozusagen auch eine sichere Sache. Wir hatten mal den Fall, da gab es so ein Foto im Oktoberfest in München, wo jemand betrunken irgendwie da lustige Sachen macht. Und der hat dann auf Schadensersatz geklagt, weil das Bild halt so relativ gut gelaufen ist. Aber da hat dann vor Gericht geholfen, dass der Fotograf, also wie wir das alle machen und machen müssen, eben sein komplettes, alle Bilder, die er gemacht hat, auch archiviert hat. Und da konnte man dann in der Serie, die dann quasi archiviert wurde, sehen, dass der sehr wohl Kontakt hatte zum Fotografen und auch mit dem interagiert hat und da sozusagen stillschweigendes Einverständnis gegeben hat. Aber nochmal zur Verantwortung, also verantwortlich ist immer der Urheber, also der Fotograf. Also ich bin für das, was ich da mache, verantwortlich. Und wenn es ein Gerichtsverfahren gibt, dann bin ich angeklagt. Also das ist immer so. Natürlich ist man von der Agentur geschützt. Also die sagen gar nicht so, okay, es sei denn, man macht groben Unfug. Aber in so einem Fall, da wird dann natürlich schon der Anwalt, der Agentur dafür beauftragt, mich dann da zu vertreten. Danke. Danke. Ich hätte eine Frage zum Thema Firmen als juristische Personen, die dann auf einem Recht an eigenem Bild bestehen. Es gibt ja solche Fälle, beispielsweise in Brüssel, das Atomium, gibt es den Verein, der behauptet, man dürfe es nicht fotografieren, ohne dass man denen jetzt Kohle zahlt oder sowas. Ist das in der Praxis ein großes Problem geworden? Ja, das ist ein Problem. Also gibt es ja auch hier ganz in der Nähe von Berlin ein Beispiel. Das Schloss Sanxus hier in Potsdam, das gehört, also eigentlich gehört das ja dem Volk, aber irgendwie gehört das dann doch nach GmbH. Also ist dann doch irgendwie Privatbesitz und auch der Park, der da anreiner ist, also anliegt direkt. Und wenn man aus dem Park heraus, also nochmal von vorn, also es gibt ein Panorama, so und so Gesetz, also man darf auch von Gebäuden, die privat sind, darf man Bilder machen, von öffentlichen Orten aus gesehen sozusagen. Und beim Schloss Sanxus hier ist das halt das schönste Bild aus dem Park, wo man zwar auch ohne Eintritt öffentlich rein kann und von da fotografieren kann, aber da das halt Privatbesitz ist, darf man das Foto nicht machen. Und als hier der Reichstag verhüllt war, das ist dann wieder nochmal ein Sonderfall, ein temporäres Kunstwerk, und da war es komplett verboten. Also da konnte keine Nachrichtenagentur ein Bild machen vom Reichstag, die Bilder hat alle der Künstler selber gemacht und selber verkauft. Und also so, das ist schon ein sehr großes Problem, insbesondere durch die Ausbreitung der Corporate Spaces. Also gleich auch hier nebenan, das Alexa-Kaufhaus ist natürlich ein Corporate Space. und wenn ich jetzt ein Bild zum Thema Weihnachtseinkauf machen muss oder so, dann kann ich da nicht reingehen, weil es da verboten ist. Also ich habe da neulich mal Rohlinge gekauft, also hatte die Kamera umhängen und wollte da rein, um Rohlinge zu kaufen und dann stürzt sich gleich zwei Sicherheitsbeamten auf mich drauf und wollte mich gleich rausschmeißen, weil die fürchteten, ich würde da fotografieren. Also das ist schon ein sehr großes Problem. Danke. Aber wir haben nur noch fünf Minuten. Eine Frage noch. Das Foto aus Kopenhagen, wo der eine junge Mann auf dem Bauch liegt und die Polizei hat ihn so gefangen genommen oder so. Ja. Wie hat man ihn da gefangen genommen? Naja, es gibt einen Grund, da ist mal ein junger Mann 1992 zu Tode gekommen. Also der lag 10, 15 Jahre im Koma und ist dann gestorben. Das heißt benenlos, also beiden Verschluss oder so. Und das darf man eigentlich nicht mehr anwenden. Das wäre jetzt für mich ein Skandal, wenn die Polizei, die ist sowieso Schrott in Dänemark. Also die sind schlimmer als hier, wenn es darauf ankommt. Das könnte man wirklich in der Redaktion aufarbeiten, ob das so war. Ja. Das könnten die richtig mal hochgehen lassen. Ja. Wirklich. Das ist nicht gestattet. Ja, das ist richtig. Das war ein sehr brutaler Vorgang. Also das waren Jungs, die haben versucht irgendwie über den Acker zu laufen und sich dem Gelände zu nähern. Also für den Tag war halt angesagt, wir stürmen irgendwie den Center da. und die liefen halt da über den Acker und hatten natürlich keine Chance. Die haben die Hunde da hinterher gehetzt und die haben die dann gestoppt und auf den Boden geworfen und das war schon relativ brutal. Und ja, das ist nicht schön. Das stimmt. Ne, da könnten Sie doch mal nachgehen. Sie haben doch bestimmt, oder Sie nicht, sondern Ihre Agentur hat doch bestimmt, Leute in Kopenhagen zu sitzen oder in Skandinavien. Ja, wir haben auch sehr ausführlich berichtet über die insbesondere... Ja, einfach über den Umstand, über diesen Beinverschluss. Ja. Ja, nehme ich gern auf. So, wir sind mit der Zeit leider am Ende angekommen. Eine Runde Applaus bitte für... Applaus